Ähm, ein sehr, sehr altes Lied. Für diese Tour extra wieder aus der Mottenkiste geholt. Woher soll ich denn heute wissen? Worüber ich so singen soll? Wenn ich euch ansehe, weiß ich sicher, der Zug ist lang schon abgefahren. Den Kampf haben wir schon lang verloren und noch nicht mal angefangen. Ich bin von Menschen oft umgeben, die alle wollen irgendwie. Die einen wollen nur theoretisch und den anderen fehlt die Theorie. Bin ich ja eigentlich auch kein Fan von. Ich hab's viel lieber mit Gefühl. Aber damit ist's auch nicht einfach. Weil gut ist, kriegst davon nicht viel. Drum zieht die Tücher hoch, die schon wissen wieso. Die anderen lesen mal ein Buch. Das kann so schwer nicht sein, mal was hinauszuschreien. Weil Gründe gibt's dafür genug. Ich hab gesagt, will was bewegen. Das wollt ich auch mal sagen sie. Und treten heißt, blüht dich dagegen. Und haben keine Fantasie. Und dann bekomm ich so ein Gefühl. Ist alles sinnlos irgendwie. Aber trotzig sein ist witziger, als zu wuckeln und verlieren. Das kann so schwer nicht sein. Weil was hinauszuschreien. Weil Gründe gibt's dafür genug. Das kann so schwer nicht sein, mal was hinauszuschreien. Weil Gründe gibt's dafür genug. Vielen Dank.